So, hallo und herzlich willkommen Leute zu Contours Zweig, ich nehm einfach mal auf und der Hendrik weiß das nicht, jetzt weißt du, ist das gut. Ich weiß von allen, ich bin ein Genie. Ich bin zu nichts zu gebrauchen, auch für jeden Spaß zu haben, wa? Äh, 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 ich freu mich schon morgen auf meinen vorgenutelten Vortrag. Oh ja, ich freu mich auf Eric und Alex seine Fragen, ja, ich hab gesagt, wie einfallsreich sie diesmal sind. Aber so dumm wie die sind, glaub ich gar nicht so einfallsreich. Äh, er ist schon ganz schön intelligent los, denn. Intelligent los? Ja, das stimmt. Nein! Sieb. That's all, oh, ich bin tot. Hab so einen mit dem Tod gerissen. Äh, willst du den Bord stören oder ich machen? Ich. Mach mal. Boah, wieder mit der Ecke. Aber ich, ich find, der, die Ausgabe ist der Vortrag immer gut. Das sind sechs Seiten ausgedruckt. Ach du meine Güte, so ein Schichtpunkt ist eigentlich keine Sätze. Du musst doch kein Buch vorlesen. Es sind auch nur, es sind auch nur zweieinhalb Seiten Schichtpunkte, der Rest sind Bilder. Will ich euch ja auch was Visuelles tun. Ihr müsst euch nicht angucken. Habt ihr wenigstens Fuss? Das hat grad vollgelegt, hab gar nicht gesehen, wo der war. Und das, den Schuss, den hab ich nicht gehört. Ich hab das Fisch gelapert, was das ist, deswegen nicht gehört. Nee, das nicht. Was war? All. Warum lekt er denn hier? Immer wenn die Sterben und alles. Ich bin da, letzter Terms, Boden, Brosefeld, kranke Welt. Krass, krass, Ananas. Nein. Ich möchte das nicht. Ich möchte ich das nicht. Na, in der dort. Da hat mich abgehört. Na, zwei. Oh, die Kombi. Da geht Ritsch die Partie ab. Welche Fahrt warst du? Oh, tot. Welche Fahrt? Jetzt kannst du das auf der Absehe, oder? Nee, kann man nicht auf der Absehe. Ich hab einfach getötet. Der wollte nur noch nicht gucken. Bei B ist einer. Ich weiß, ich hab ihn gehört. Weiß ich. Wir haben doch was umgebracht. Die liegen trotzdem bei A. Das ist auf jeden Fall hier unten rumgelatscht. Das ist auf jeden Fall. Was ist? mein Leben. Ja, das letzte mal sich so aufregt, dass jemand eine UMP gesaved hat. Ich bin besser, jetzt hab ich keine Aufregung, ich hab die einzigen Kills gemacht im Team. Du bist auch unser Probe-Gamer auf unserer Mannschaft. Ja. Oh, ich bin Zweiter. Das muss ja was sein, das haben wir dann für ein Team, ey. Kass, Kack-Boost. Du bist übrigens grün. Ja, ich bin auch blau. Ich bin auch immer gerne blau. Ja. Ich hab sogar noch ein Bier im Ranzen. Woops. Jetzt hab ich einen negativen Assist gekriegt, du. Da legt Bombe. Warum sag ich mir das eigentlich selber? No, unassist. Jetzt will ich das weiter. Es hat sich gestorben. Was ist das, Kevin? Was ist das, Kevin? Was Alter, was? Ja, ich habe erst F gedrückt, weil ich mich verklickt habe. Erstmal drei Leute wegsnacken und dann auch die Bombenmüll schärfen. Jetzt habe ich mir einen AWP gegönnt. Ah, da war das geil. Es war ja mal Lichtspray im Jahr. Oh ja. Da geht mir gerade hart einer ab. Kann ich mir vorstellen, dass er jetzt ein kleines Pickle richtig hart wird. Ja, da müssen wir doch sowieso erst mal was wachsen, bevor das überhaupt klein ist. Du hast aber auch, der wird richtig hart. Ich meine meinen Brustfassel damit. Ach so. Ist also so ein krasses Vibe. Ich sehe ja gar nichts mehr. Der Gelbe steht mir voll in der Schlussrichtung. Also wenn ich da... Au. Au. Ach, der wusste, wo ich sitzt, dass ich da sitze. Doof. Loll. Alter, der Typ mir im Weg umstand. Ich wollte ihn nicht töten. Aber er ist doch ausgeflogen. Ja, genau deswegen ja. Ich schreibe jetzt lieber nichts im Chat, weil ich könnte wieder ausrasten, volle Bude. Voll Bude! Ah, ich habe kein Geld für eine M4. Ich habe nur Geld für eine Pistole. Ja, das reicht bei mir auch noch. Aber da bin ich ja recht gut eigentlich. Da hole ich mir einfach mal seine Pistole und gucke, die wirklich super krass ist. Die ist super geil. Naja, ich und Pistole. Krasses Kanönchen. Kanönchen? Nein, nein. Das klingt ja noch niedlicher als Kanone schon klingt. Kanone klingt voll niedlich, ey. Ja, ich finde aber voll kleine Sachen vorgehen aus wie Revolver. Ich finde die voll klein. Kommt doch auch noch schon ein Revolver. Es gibt so einen richtigen GMS Revolver oder einen Damenhandtaschenrevolver. Ja, Damenhandtaschenrevolver wie bei Schulis Manitou. Boom! Ja, dieser kleinen. Boah! So ein Feuerball. Kommt drüber an. Du hast mir jetzt meine Nacke rausziehen. Ich habe ja genug Zeit. Du hast dich schon immer letztens gesehen. Nein. Du hast alles wieder Regels. Ich habe meine Regeln oft und lang. Und das ist ziemlich nervig. Seid ihr zu blöd, den zu töten? Ja. Mit Dart. So geht das. Ah, Pappen. Ja, Entschuldigung. Jetzt hab ich mir eine Waffe aufgehoben. Ich hasse es, eure Waffen aufzuheben. Geht immer noch bei Banane lang. Ich geh woanders lang. Ja, ja. Die liegt A beide. Ah, bestimmt. B hat man mitbekommen. No, wir nicht. Ja, das könnte ich dir sogar glauben. Das könnte ich dir sogar glauben. Du standest daneben. Oh, Ball. Okay. Was sind das für eine Scheißwaffe, ey. Oh, ich bin da dann auf. Die haben sich einfach an die Hand gekreilt. Jetzt ist es auf deine Pistole gewechselt. Hab ich jetzt gerade auf. Außerdem ist das eine AOG oder eine SSG. Die sind eigentlich ganz geil. SG553, aber ich bin die Scheiße. Jedenfalls wenn man damit zielt. Dann schießt halt einfach locker aus der Hüfte. Lol, ist nicht mehr explodiert das Scheißteil. Mangelware haben Symbolen geklaut. Ich hätte nichts anderes erwartet von denen. Hm. Kauf dir mal einen Entschärfungskid. Ob kein Geld. Lol. Tatsache. Oh. Ob. Ob das warst du. Entschuldigung. Ne. Ich lebe. Oh. Pass auf. Wirklich. Ich hab die Karte. Die Karte. Wurde mir nicht mehr angezeigt. Ah. Coole Sache. Aua. Ich bleib dann mal eine Runde geschmeidig, ne. Bleib geschmeidig. Au. Das hat geleckt die Sau. Ja. Hab ich auch mal, wenn ich getötet würde. Aber weißt du was das heißt? Nicht mehr sterben. Ich hab einen Doppelkill gemacht. Ja. Ist mir gar nicht aufgefallen. Wer hat denn da noch alles gereckt? Keine Ahnung. Wahrscheinlich noch ein zweiter. Ha. 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 Du kennst uns gleich erstmal alle. Mach das. Leute du hast Schaden durch bekommen. Einen bestimmt. Und? Dort oben. Nur ganz leicht angezeigt. Ne. Ich hab keinen Schaden gekriegt. Alles noch. Beides voll. Ach. Daniel schreibt schon wieder wegen seinen scheiß Kippen. Soll seine Sucht mal im Griff bekommen. Gib dir mir morgen das Geld in die Hand. Wenn die Foto jetzt drauf sind. Einen scheiß Drecksteil. Nein. Das soll es mir geben. Die zwei Euro die ich plus mache. Die teilen wir durch zwei. Weißt du warum? Oh. Wahnsinn. Einfach Daniel abzocken. Na klar. Macht Schwarz. Au. Genau. Hat doch verdient. Oh. Durch zwei teilen wird schwer. Könnts doch durch acht teilen. Pff. Wird auch schwer. Da kommt übrigens von der A Seite. A Seite auch. Da ist doch gerade jemand gestorben. Ach B. Ja ich hab eh mal einen getötet. Kommt der hätten genug vor. Ist doch das sie bleiben soll. Aber unsere Lieder sind auch selten bestrecken. Ich zeigte die ganze Szena Novo an der Ecke Campe. Die laufen trotzdem an mir vorbei. Und lassen sich wegschrotzen. ja einfach mal drauf was was P250 Power ja du musst nur 10 Sekunden warten LoL Arsloch Alter Junge Junge das ist ein geiles Spiel gerade das ist wiesig oh voll ausgerüstet Junge oh ich hab mich voll Hammer selber geflasht auch richtig dolle hast du gut gemacht wie war nice aber wenigstens ist die P19 nicht so riesig und zeigt übern Rand das ist die beste aber ever ey wieviel küss ich damit hole ach mit deiner kleinen Pistole mit deiner P250 mhm ähhhhh ähhhhh ich glaub mal die mussten alle bei A rumgammeln jup bei ja sterben sie auch fröhlich von unserem Team ich bin das auch selten eigentlich weißt du dass da mal einer drin ist da kann man eine Bombe legen da kann man keine Bombe legen ach ne ich hab ganz vergessen dass er einmal in der Runde auf die Bombe zoomt aber deine Waffe deine komische Pistole ist echt cool wenn man nicht echt für ne richtige Waffe hat weiß ich was ich in der ersten Runde nicht hab ich hab ach der hat ne coolen P90 gib mir die P90 pf 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 Kick. Der will zu Kick. Ja, hab ich auch gedacht. Ich führte EO zu C und A mit N. Abstimmung starten. Wie heißt der? Äh, warte, ich mach eben. Ja, jetzt, ach, mach du halt. Ich war's grad schon da, aber egal. Also, seitdem ich mit der M4 rumlaufe, mach ich keine Kills mehr. Da muss ich nur noch mal der Pistol rumlaufen. Mein Geld wird genau für die P90 gereicht. Okay, der darf halt nicht rausfließen. Warte, ich geh vor. Ach nee, Quark, bei so vielen macht ihr mit mehr Feuerkraft und ich komm dann hier als Joker entspüre. Ja, mit deiner Pistole, der dann sowieso alles tötet. Ich frag sowieso, warum die so extrem brutal bei mir hinterhand ist. Oh, oi, 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 oi. Hey, damit hab ich jetzt auch schon zwei Kills kurzen. Und wenn ich mal zwei Kills hole, haltet euch mal was. Alter! Ich hab euch weggeholt, glaub ich. Nee, hast du nicht? Oh, da kann man erst mal vier Leute lang. Aber doch, jo, niss. Ich würde auch nicht reinrennen und da sind jetzt auch nur bloß zwei Leute, ich hafte. Einer davon ist ein Bot. Fremdgeschirr oder Bot, aber egal. Der heißt aber Bob, aber egal. Ich hab dir schon davon hinter mir gehört. Der Bot heißt Bob. Loll, Fatsache. Das war ein Scheiß. Ja, traut's ich was. Das ist was für meine Nova. Jetzt rutscht die weg. Jetzt geht's auf die Fresse. Junge. Kästkuchen mit Salami. We're going in. Lass mich mal vor, ich glaub das bringt mehr mit der Schrotze. Ja. Ja.